Tio erzählt, ein Kinderpodcast. Papi, ist das nicht auch eine schöne Blumenwiese? Da hat es ja mega viele verschiedene Blüten. Also da hat es auch mega viele verschiedene Farben. Da können wir ja, ich sehe nicht, bis du nicht siehst spielen. Komm, das machen wir gerade. Fangst du an? Ich sehe nicht etwas, was du nicht siehst, und das ist schwarz-weiss. Ist es ein Zebra? Nein, dort hinten auf dieser Blume, da sitzt doch eine Wildbiene, die ist doch auch schwarz-weiss. Ah ja, jetzt was siehst du? Ha, komisch. Ich habe gemeint, die Bienen sagen nur gelb-braun. Tonikbienen schon, aber die Wildbienen haben ganz viele verschiedene Farben. wie schwarz, braun, weiss, gelb. So viele verschiedene Farben. Ja, und rot gibt es auch noch. Und was ist denn sonst noch ein Unterschied zu den Honigbienen? Es gibt ja eine Honigbienenart und über 500 Wildbienen. So viele? Hey, wo leben denn die Wildbienen? Ein Schneckenhäuschen, Erdlöcher, Bambusröhrchen, Holz. Und was kannst du zu der Lebensweise sagen von den Wildbienen? Das Weibchen legt ein Ei. Jetzt nehmen wir zum Beispiel mal die, die in das Röhrchen reinmachen. Also in den Wildbienenhotel. Dann geht sie zuerst bis hinteren. Dann polen drin, weibliches Ei und dann so ein Wendchen bauen. Und dann kommt das nächste Weibchen, nochmal ein Weibchen. Und wenn es in der Mitte ist, kommen die Männchen dran. Weil die Männchen schlüpfen eben früher aus als die Weibchen. Aha. Und was fressen sie denn? Polen. Was für Polen denn? Es gibt solche, die nehmen jetzt nur zum Beispiel Glockenblumen. Dann kann die Mami nicht vom Schlüsselblumen die Polen holen. Dann muss es von den Glockenblumen. Also Glockenblumen und Schlüsselblumen sind ja zwei verschiedene dann. Also dann nimmt es wirklich nur von der einen Sorten. Mhm. Also wir gehen gerade suchen, bis sie Blumen finden. Ja. Und dann alle von dieser Sorten gehen dann nur auf diese Blumen los? Nicht unbedingt. Es gibt nämlich auch solche, die können vom Gänseblumen und müssen nicht nur unbedingt nur das Gänseblumen haben, sondern können auch ein bisschen von den Glockenblumen nachher vom Gänseblumen. Nochmal geschwind zu dem Lebensweis. Dort beim Röhrchen lassen sie extra vorne die vorderste Zelle leer. Und wieso machen sie das? Weil dann kommt der Vogel mit dem Schnabel hinein und denkt, oh, die ist leer. Und zu der zweiten Zelle kommt er nicht mehr hinterher mit dem Schnabel. Weil sie ist zu weit hinein, nicht? Ja. Aha. Was ist der Feind der Wildbienen? Der Mensch, weil der baut Fabriken und spritzt gegen Schädlinge und pflanzt keine Blumen mehr. Und dann findet sie keine Nahrung mehr. Weil die Blumen senden ja extra so bestimmte Dufte aus, dass die Bienen besser finden. Aber wenn dann das Auto abgast kommt, ist es wie eine Kappe, die über den Duft geht und dann schmeckt es nicht mehr. Mhm. Und wie können wir dann die Wildbienen schützen? Du kannst Blumen pflanzen oder ein Bienenhotel basteln. Es reicht aber, wenn du junge Zwiege nimmst und die noch nicht anstellst. Aber junge Zwiege. Und dann können sie sich dort hineinbohren und dann Eier legen. Jetzt nimmt mich noch Wunder. Stechen die Wildbienen? Nein. Darum musst du auch keine Angst haben. Was ist das Besondere an den Wildbienen? Dass sie nicht stechen und sie gibt in vielen Farben. Was kann ich im Sommer auch machen, um den Wildbienen zu helfen? Ein bisschen Wasser vorauszustellen. Aber das Wichtigste ist, ein paar Stecken und Steine reinzutzen. Dass sie wieder rausklettern können. Zum Beispiel jetzt auf dem Stein sitzen. Und mit dem Rüssel das Wasser rausschlecken. Mit den Zungen. Hey, jetzt haben wir aber sehr viel Erfahrung über die Wildbienen. Danke vielmals, Theo. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Theo erzählt. Ein Kinderpodcast.